Absolut, jetzt geht's los und zwar mit unserem ersten Speaker. Thomas Pasquale ist der Gründer und geschäftsführende Gesellschafter von der Gambit Consulting GmbH. Und das, was er heute macht, das ganze Unternehmen hat er aufgebaut, hat aber alles angefangen, um ehrlich zu sein, mit einem Studium in Münster, mit einem BWL-Studium. Danach war er, um euch mal so einen kurzen Abriss zu geben, was der Tom vorher gemacht hat, war er in einer Management Consulting-Branche unterwegs, bei ATKani, war in Düsseldorf in Chicago, also weltweit hat er da Unternehmen beraten, bis er dann 1994, als Director of Finance, nach Treusdorf zurückgekommen ist, aus der großen Welt, und zwar zur Hüls-Treusdorf AG. Da ist er nicht ganz so lange geblieben, sondern hat dann ein Jahr später eigentlich schon entschieden, hey, ich möchte was Eigenes aufbauen und den Unternehmen endlich dabei helfen, ja, SAP, diesen ganzen Kosmos zu verstehen, in die Cloud irgendwann zu migrieren. Und genau das machen sie heute. Und so ist die Gambit Consulting GmbH entstanden. Heute ist er verantwortlich für das Thema Top-Management-Beratung und Strategic IT. Hat natürlich viele Großprojekte selbst mit umgesetzt, operativ geleitet, und das merkt man immer, wenn man mit Tom spricht, denn er ist wirklich richtig drin in den Themen, ist kein CEO, der von oben drauf schaut, sondern einer, der seine Hände schmutzig macht und mitarbeitet. Und das finde ich ganz besonders cool, immer wenn ich hier bin, das so mitzubekommen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Tom bringt dir das Licht ins Dunkel, oder? Auf jeden Fall, also absolut. Thomas Pasquale ist Vordenker in der SAP-Community, dafür ist er bekannt und wird uns da sicherlich helfen, auch bei der jetzt strategischen Einordnung von Rise with SAP. Das fällt uns ja hier an der einen oder anderen Stelle auch noch schwer. Tom, jetzt wird es Zeit, dass du auf die Bühne kommst. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Also tolle Anmoderation, wie immer, sehr professionell. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Super, also ganz toll. Ihr habt natürlich nachher auch Möglichkeiten, an Tom Fragen zu stellen. Versäumt diese Chance nicht. Q&A-Button drücken, das ist extrem cool. Genau, und Tom, bevor es jetzt inhaltlich reingeht, natürlich eine kleine private Frage von meiner Seite. Wo warst du denn im Urlaub eigentlich, Sommerurlaub? In Portugal. In Portugal. Schön, und wo da genau? In der Algarve. Ah ja, sehr schön. Okay, und wie lange hat es dich da aufgeklinkt? Ehrlich gesagt nur, wir waren zweimal da und waren zweimal so zehn Tage. Sehr cool. Ja, nicht schlecht. Ich war ganz in der Nähe, auf spanischer Seite allerdings. Was erwartest du dir vom Tag heute? Ja, dass wir natürlich viel Licht in die Fragen der Community sozusagen bringen können, also dass wir diese Themen wirklich beantworten können, weil ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Fragestellungen. Da haben wir uns wirklich viel Mühe gegeben, da so ein bisschen Licht reinzubringen und wir freuen uns drauf. Ja, dann würde ich sagen, Helge, los geht's, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir legen uns zurück und die Bühne gehört dir. Danke euch. Alles klar, Leute, dann vielen Dank. Also auch von unserer Seite natürlich nochmal herzlich willkommen hier an euch, da an den Geräten, an den Bildschirmen. Wir legen auch gleich los. Wir, die Begrüßung haben wir schon hinter uns gebracht, wie ihr seht, und jetzt legen wir los mit dieser Thematik, was ist RISE? Leute, ich stelle nur mal gerade ganz kurz hier den Hocker ein bisschen weg, sonst laufe ich nämlich Gefahr, dass ich hier gleich vor so einem Gerät hier laufe. Was ist RISE? Warum stellen wir uns die Frage und was versuchen wir da mit euch so ein bisschen auch zu klären? Ich glaube, der erste Punkt ist Wahrnehmungsspektrum. Ihr habt das gerade schon mitbekommen, das ist wirklich ein riesiges Feld, in dem unsere Kunden sich da auch sozusagen bewegen. Also von total traurig bis RISE ist super und Helga hat das ja gerade schon so ein bisschen auch angesprochen, also diese Thematik, wo kommt das eigentlich her, was sind denn so diese Stimmen? Also das, was ich selber auch von unseren Kunden zum Teil ja höre, ist, hey, ist doch nur Hosting durch SAP viel zu teuer, man versucht da irgendwelche Ladenhüter unter dem Deckmantel RISE zu verkaufen, ist zu kompliziert, also versteht kein Mensch. Und wenn wir uns da mal die andere Seite angucken, dann hatte Selin ja auch gerade schon angesprochen, ist vielleicht so der Weg in die Cloud, egal ob man sich jetzt da gegängelt fühlt oder nicht, Enabler für die digitale Transformation. Manche sagen sogar, okay, ist günstiger als ein On-Premise-Betrieb, also man könnte vielleicht sogar noch Geld sparen oder eben auch zeitgemäße Erweiterungsmöglichkeiten um diesen Digital Core herum. Also wir sehen schon, da gibt es ein riesiges Wahrnehmungsspektrum und deswegen haben wir gesagt, hey Leute, lasst uns mal die Punkte einfach versuchen, so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, also mit sehr einfachen Worten zu erklären. Und jetzt gucken wir erstmal genau, was ist denn da überhaupt drin. Und ich glaube, das ist keine Überraschung, das Thema der Lizenzen. Da haben wir gesagt, okay, wir haben eine Lizenzmiete, wir haben eine Anrechnung und wir haben natürlich eine Wartung. Ich glaube, das überrascht keinen von euch, das war immer klar, da hören wir nachher auch ein bisschen was zu. Im Übrigen zu allen von diesen Themen hören wir nachher noch ein bisschen was. Also Lizenzen hören wir was, Wartung hören wir was und zu allen anderen Boxen gleich auch noch. Das heißt, wir legen die für euch gleich auch nochmal alle ein bisschen tiefer. Dann haben wir das Thema Betrieb. Auch vorhin schon angesprochen worden, Private und Public Cloud. Gucken wir uns auch nachher nochmal gemeinsam an, was bedeuten diese beiden Cloud. Wir haben Varianten, wir haben das Thema Managed Services und wir haben natürlich das Thema Infrastruktur. Auch da hören wir nachher noch ein bisschen was zu. Dann ganz wichtig finde ich nochmal dieses Thema Lifecycle Management. Also wir haben das Thema Cloud ALM. Finde ich, gibt es nachher nochmal einen super spannenden Vortrag auch von der Nadine. Cloud ALM ist ja so ein bisschen dieser Nachfolger für den Solution Manager, also das Application Lifecycle Management in der Cloud. Wir haben das Update Management und auch ganz wichtig, wir haben das Test Management. Das heißt also professionelle Unterstützung, wenn sich Updates eben entsprechend ergeben, ich die in meine Prozesse sozusagen mit reinbringe, wo ändert sich was für mich und was bedeutet das. Und jetzt wird es aus meiner Sicht besonders interessant, weil wir kriegen jetzt so ein paar Punkte mit, die die SAP damit beigepackt hat. Natürlich nicht im Sinne einer Flat Rate, sondern hier steht schon als Startup Packs. Ja, das heißt also, wir kriegen aus dem digitalen Kontext für das Thema Ariba, für das Thema Asset Intelligent Networks, für Logistics Business Networks, Möglichkeiten sozusagen Startup Packs eben entsprechend mitzubuchen, mit auszuprobieren, mal in unsere digitale Architektur und in den Kontext sozusagen dieses digitalen Modells von der SAP reinzuschnuppern. Ganz wichtig, das Thema Cloud Development. Werden wir gleich im nächsten Vortrag nochmal hören, diese Frage Keep the Core Clean. Also was bedeutet das eigentlich, in einer modern aufgesetzten S4-Umgebung mit einem S4-System zu arbeiten? Und dafür brauchen wir auch diese Business Technology Plattform. Da gibt es Voucher für. Ja, dann auch nochmal ganz wichtig, das ganze Thema Design. Ihr habt das ja mitbekommen, dass die Gnavio ist ja gekauft worden von der SAP und auch da gibt es in bestimmten Editionen von RISE eben die Möglichkeit, das mit zu integrieren und entsprechend mit auszuprobieren. Dann haben wir das ganze Thema Transition, auch ganz wichtig. Also ich glaube, das ist jetzt auch keine richtige Überraschung, dass wir hier diese Transition Apps sozusagen mit dabei haben. Und den finde ich immer noch ganz wichtig, wir haben das Enable Now mit drin. Also diese digitale Lernplattform von der SAP, um dort auch Learning Journeys digital eben entsprechend hinterlegen zu können. Also das mal so ganz im Groben erstmal so ein Abriss von dem, aus was RISE im Kern besteht. Jetzt fand ich ganz witzig, diese Analogie mal zu sagen, okay, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine pauschale Reise. Ja, also wir haben so ein bisschen mit so einem Wortspiel, also RISE wie eine Reise mit SAP. Und da kennt ihr das auch, wenn ihr eine Reise bucht, da habt ihr in der Regel so feste Buchungsbestandteile drin. Das kann ein Flug sein, das kann eine Übernachtung sein, das kann eine Verpflegung sein. Und das ist beim RISE im Prinzip ganz ähnlich. Also es gibt so feste Buchungsbestandteile, um die kommt man nicht drum herum. Also das sind so diese Must-Haves. Da haben wir die Lizenzen, da haben wir den Betrieb und da haben wir das Lifecycle Management. Also die Wartung, die ihr ansonsten eben bei einem dritten bisher quasi zugekauft habt. Das sind die Punkte, die wir quasi immer mit in einem RISE-Paket drin haben. Und das andere, also diese anderen fünf Pakete, die wir gesehen haben, das sind im Prinzip so individuelle Startup-Packs, Testangebote, mit denen man eben entsprechend schauen kann, wie gestalte ich meine Reise individuell. Also ich finde diese Analogie eigentlich ganz gut, weil wenn ihr irgendwo in Urlaub fahrt, dann habt ihr das auch schon mal, dann bekommt ihr irgendwie einen Gutschein für einen Spa-Bereich, aber ihr bekommt natürlich keine Flatrate dafür. Also dass man sagt, hey, du kannst da von morgens bis abends irgendwie eine Massage nach der anderen machen und dich da eben entsprechend wohlfühlen. Nee, du kriegst vielleicht mal so einen 10-Euro-Gutschein eben entsprechend mit und dann hast du vielleicht noch irgendwie einen Teaser-Gutschein, wo du dir ein Mountainbike leihen kannst oder sonst irgendetwas und wenn es dann gefällt, man rechnet das an und dann kann man sich hier eben entsprechend rein entwickeln. Und genau so ist dieses Angebot auch aufgebaut. Das heißt, es ist die Möglichkeit, sich in diese digitale Welt sozusagen rein zu begeben, dort zu schauen, was passt für einen, was ist interessant für einen und man hat diese festen Buchungsbestandteile und man hat Variable mit Testangeboten. An wen richtet sich RISE? Das finde ich ist auch immer nochmal ein wichtiger Punkt. Also mal zu schauen aus eurer Perspektive, weil ihr müsst euch ja am Ende irgendwo auch in einer von diesen potenziellen Kundengruppen wiederfinden. Ganz klar, der SAP-Neukunde. Den haben wir heute jetzt nicht so ganz krass im Fokus. Da gibt es natürlich nachher auch noch was mit dabei, aber das ist natürlich auch klar, der SAP-Neukunde, ich glaube, wir haben eine Quote von über 90, also ich glaube sogar fast 99 Prozent, habe ich letztens gehört, der Kunden, also die als NetNew Name, als ganz neuer Kunde, ohne eine SAP-Historie zur SAP kommen, die gehen sowieso alle eigentlich in die Cloud. Also da installiert keiner mehr ein On-Premise-System. Das ist ja eine Welt, aus der wir, ihr, im Prinzip quasi kommen, so aus der Historie heraus. Und das sind hier auch nochmal Unterschiede. Also es gibt einmal den ECC-Bestandskunden. Viele von euch haben ja vielleicht noch gar nicht umgestellt. Also da stellt sich noch die Frage, gehen wir grün, gehen wir braun? Und wie gehen wir dann auch grün oder braun? Also in welche Zielarchitektur? Das heißt also, wir haben hier nochmal den Kunden, der sich für braun entscheidet. Auch der kann natürlich in so ein RISE-Programm reingehen. Und der, der sich für grün entscheidet, der kann auch in RISE reingehen. Und dann haben wir den S4-HANA-Bestandskunden. Das ist eigentlich für viele von euch die Frage, natürlich kann doch nicht sein. Wir sind doch gerade erst irgendwie auf S4-HANA gegangen. Aber ja doch, Leute, natürlich geht das. Ich kann mich entschieden haben, auf S4-HANA zu gehen. Habe irgendwann mal historisch umgestellt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, da kommt der letzte Vortrag. Da haben wir nämlich noch eine Überraschung für euch heute in dem Talk mit drin. Da gibt es dann sogar noch eine Kundengruppe 7. Ich habe Kunden, die sagen, ich habe mich vor ein paar Jahren für ein S4 On-Premise entschieden, haben ein Projekt gestartet und dann kam irgendwann dieses RISE-Angebot und die möchten im laufenden Projekt umstellen. Also auch das geht. Oder es gibt Kunden, die sagen, hey, da sind im digitalen Kontext für mich Dinge dabei, die super interessant sind, in die ich mich gerne rein entwickeln möchte. Und auch da haben wir Möglichkeiten, wie man mit RISE sozusagen ein Stück sich weiterentwickeln kann. Also das sind erst mal alles potenzielle Kunden. Und wenn wir die jetzt mal uns genauer anschauen, dann sehen wir hier schon, bis auf den Neukunden haben wir alle Kunden, die im unteren Bereich gelistet sind. Das sind alles Kunden, die aus einer On-Premise-Welt kommen und die Kauflizenzen haben. Wir erinnern uns, das erste Thema waren ja gerade die Lizenzen, die wir reingebracht haben. Und da steckt natürlich an vielen Stellen auch ein Stück weit Musik. Da wird uns nachher die SAP aufklären, weil wir gesagt haben, okay, da ist auch nicht immer ganz einfach zu rechnen mit den RISE. Da gibt es so Umrechnungsregeln. Das wird die SAP uns nachher oder euch nachher noch mal ein bisschen näher bringen und auch im Detail erklären. So, jetzt haben wir schon mal gehört, also aus was besteht RISE und an wen wendet sich RISE? Also wer könnte das kaufen? Und wenn wir uns das jetzt noch mal in einer kurzen Zusammenfassung sozusagen anschauen, dann sehen wir hier oben noch mal die Bestandteile von RISE. Hier sehen wir die einzelnen Kundengruppen. Und jetzt müssen wir natürlich noch mal gucken, für welchen Kunden ist denn da eigentlich was konkret dabei? Public Cloud Optionen, finde ich noch mal wichtig. Hatte der Helge ja gerade schon gesagt. Da sehen wir schon, diese Public Cloud Edition, die gibt es eigentlich nur für den Neukunden oder für den Greenfield Kunden. Das hören wir uns auch nachher noch mal in einem Vortrag etwas detaillierter an. Aber diese Optionen, das habt ihr schon mal bei uns in diesem Roadmap Programm mitbekommen, diese Optionen, die gibt es im Prinzip nicht für den braunen Umstieg und auch nicht für den, der aus einer S4 Welt kommt. Da kannst du nicht in die klassische Public Cloud eben entsprechend wechseln. Private Cloud geht natürlich für alle. Das heißt also sowohl auch für den Neukunden als auch für den Greenfield Kunden geht das aber natürlich auch für alle anderen Kundengruppen. Dann haben wir das Thema Lizenzen, Betrieb, Lifecycle Management. Dafür steht hier oben noch mal das S mit dem Service. Da sehen wir schon, bei einem Greenfield und bei den Neukunden auch so ein Stück weit natürlich noch mal gepaart mit der Public Cloud und auch mit diesem, hey, ich setze es wirklich frisch und neu auf, kann man quasi diese volle Pracht mitnehmen. Und dieser Gelbe hier, der bezieht sich natürlich so ein bisschen auf das ganze Thema Lifecycle und Service Management, also Updates, die natürlich dann, wenn ich auf den Scope Items, also in den echten Best Practices von der SAP mich sozusagen bewege, noch mal deutlich geschmeidiger und deutlich interessanter ist, als jetzt in der klassischen, etwas althergebrachten Welt, wenn ich so ein System quasi aufgebaut habe, wie man das mit einem ECC-System auch ja quasi gemacht hat. Diese Starter-Pakete, insbesondere die, die als Cloud-Pakete natürlich zur Verfügung stellen, das ist ja Peripherie, die gelten natürlich für alle. Also unabhängig davon, aus welcher Kundengruppe ich existiere und auch in welche Edition ich mich sozusagen rein entwickeln möchte, wird das immer angeboten. Also das ist immer mit dabei und alle können davon profitieren. Ich finde, das ist nochmal ein super wichtiger Punkt, weil unabhängig von dem Szenario, in das ich mich quasi rein entwickle, ich im Prinzip diesen digitalen Kontext von der SAP für mich tatsächlich mit benutzen kann. Dann haben wir dieses Thema Cloud-Development. Auch ein Punkt, der aus unserer Sicht natürlich immer wichtiger wird, weil diese In-App-Erweiterung, also dieses Reinprogrammieren sozusagen in das System, man in so einem digitalen S4-Kontext eigentlich nicht mehr machen würde. Da ist natürlich klar, dass wenn ich wirklich braun sozusagen da rein migriere, dann nehme ich natürlich meine alte Welt quasi mit. Das heißt also, da müsste ich dann quasi rückbauen und umziehen. Aber bei allen anderen Varianten wäre es natürlich für den neuen Teil, den ich im Prinzip aufbaue, eine Möglichkeit, mich auch tatsächlich wunderbar in diese neue Cloud-Entwicklungsumgebung der SAP eben entsprechend reinzuentwickeln. Das ganze Thema Signavio, also Prozessdesign und Dokumentation, steht auch wieder allen im Prinzip zur Verfügung, also auch keine Einschränkungen. Bei den Transition-Apps ist ja klar, die stehen natürlich grundsätzlich allen zur Verfügung, aber wenn ich aus einem SAP-System, also wenn ich schon auf S4 bin, dann brauche ich keine Transition-App von ECC zu S4. Das heißt also, die unteren Kundengruppen scheiden aus. Und wenn ich grün gehen möchte, dann scheidet diese Variante natürlich auch aus, weil ich gar nichts über so ein Migrations-Cockpit im Prinzip übernehmen möchte. Das ganze Thema Learning and Change, da sehen wir schon, da gibt es so ein paar Bereiche, die sind auch ganz grün. Warum? Ist klar. Da hatten wir gesagt, also bei denen, die wirklich green gehen würden, da haben wir die volle Kraft sozusagen dieser Learning Journeys, die die SAP im Prinzip mit ausliefert. Das heißt, da ist ja ganz viel voll digitalisiert verfügbar. Man kommt dann in den Genuss, wirklich diese ganzen Videos, Learning Journeys und so weiter mit konsumieren zu können. Und das ist natürlich klar, wenn ich mit einer individualisierten Welt darüber komme, dass die SAP für uns da keine Learning Journeys und keine Videos zur Verfügung stellt. Aber man kann die Plattform benutzen. Das heißt also, wenn ihr da eigene Journeys sozusagen aufbauen wollt, dann kann man natürlich mit der Plattform eben entsprechend arbeiten und die ist dann natürlich auch wieder für alle mit drin. Und ich habe da oben nochmal so ein Sternchen dran gemacht. Das ist auch nochmal so ein Insider-Tipp. Ich würde mal sagen, wenn ihr den Bedarf habt, werden wir nachher den Kunden zuhören. Und ihr kommt mit einer ECC-Welt und habt einen Parallelbetrieb. Also wo man sagt, hey, ich baue da ein S4-System eben entsprechend auf, gehe da vielleicht grün rein oder entwickle mich da sukzessiv eben entsprechend rein. Ich habe aber noch eine ECC-Welt, die weiter betrieben werden muss. Und da gibt es vielleicht ein paar Umstände, dass da Verträge auslaufen oder wie auch immer. Dann habt ihr auch hier die Möglichkeit, mit der SAP zu sprechen. Und dann gibt es auch im Kontext von RISE die Möglichkeit, tatsächlich auch alte ECC-Systeme mit zur SAP zu bringen und dann schon mal die Infrastruktur quasi unter diesem RISE-Mantel eben entsprechend gebündelt zu betreiben. Also durch einen Provider. Also insofern, ich denke mal, erster Punkt so, was ist drin? An wen richtet sich RISE? Wie müssen wir diese Startup-Packs sozusagen verstehen? Eben nicht als pauschale Flatrate-Angebote, sondern eben wirklich als Teaser, als Möglichkeiten in diesem digitalen Umfeldstrukturen der SAP sich mal umzuschauen und zuzubuchen und welche Leistungsinhalte matchen sozusagen auf welchen Kunden. Das soll es mal für den ersten Moment gewesen sein, um überhaupt erst mal festzustellen, also was ist RISE? Und jetzt, wie gesagt, werden wir die gleich natürlich tiefer legen.